Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ich sag mal Judentag an alle Hörerinnen und Hörer, die heute mal wieder beim Tele-Stammtisch eingeschaltet haben. Ich freue mich und vielleicht habt ihr es an meinem schlechten, nachgeahmten Berliner Akzent erraten. Wir sprechen heute über den Dokumentarfilm Berlin Bitch Love und das macht Icke Manuel nicht alleine, sondern zusammen mit dem David. Tag. Mit dem David. Guten Tag. Mit dem David. Alles klar. Haben wir alles hier drin heute. Schön, dass wir das zusammen machen dürfen. Wir haben das letzte Mal ja über die Romanverfilmung Eine Billion Dollar gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen her und ich habe gehört gerade, das war auch deine letzte Besprechung. Tatsächlich, ja. Das heißt, ich habe dir hier ein bisschen was aufgeschwatzt heute. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie schon davon gehört oder es wurde auf unserem Discord-Server ja schon so ein bisschen, glaube ich, angeteasert, diese Doku. Ich hatte da schon Bock drauf und war dann froh, dass sich keiner gefunden hat, sodass ich das machen darf. Oder dass du mich angesprochen hast. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte auch das auf unserem Discord gesehen, vorher ehrlicherweise nichts davon gehört, aber mich dann ein bisschen informiert gehabt und fand es so, was wir, der Dokumentarfilm angenommen wurde, eigentlich recht spannend, weil er wirklich sehr auf diese Spielfilmebene kommt, wo wir dann sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und war dann eigentlich recht interessiert und bin eigentlich auch immer mal interessiert, was so deutsches Kino angeht. Und auch wenn man jetzt nicht der ist, der da vielleicht am ehesten hinterher ist oder in der Branche am tiefsten drin ist, das ist dann, schätze ich mal, bei dir so ein bisschen ähnlich, oder? Ja, und das ist ja jetzt auch klassisch so ein Ding, da würde ich auch selbst, wenn ich jetzt wüsste, dass das kommt, bin ich jetzt nicht so einer, dass ich dafür ins Kino gehen würde, muss ich gestehen. Weil, äh, aber da kommen wir dann vielleicht noch drauf, warum? Ja, ist okay, ja. Vielleicht kurze Eckdaten so ein bisschen, das ist jetzt das neueste Werk von Heiko auf der Mauer und Johannes Gierke, wird ab dem 29.02. dann in den deutschen Kinos zu sehen sein und hatte jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, äh, Screentime im Grunde auf den Festivals wie Dogfest München oder dem Max-Ophuls-Preis. Und war dort auch in verschiedenen Kategorien nominiert, hat auch die Auszeichnung Bester Dokumentarfilm beim DOC Berlin gewonnen. Und, ja, ich würde sagen, erzähl uns doch vielleicht erstmal, worum geht's eigentlich? Also es ist, das wird nicht so ganz klar direkt, aber es ist eine Dokumentation über zwei Jugendliche, Sophia, die ist 15 Jahre alt und Dominik, die sind 17 Jahre alt. Und das sind so, man würde sagen, Berliner Straßenkinder, weil sie sich entschieden haben, von zu Hause abzuhauen und auf der Straße leben. Sophia eben mit 15 und Dominik mit 17 und sie ziehen dann eben durch die Berliner Straßen und hausen wie Obdachlose vor Eingängen von Kirchen. Und dann kommt... Das heißt, also sie sind obdachlos. Sie sind obdachlos, genau. Sie haben keine Wohnung, weil Sophia von zu Hause ausgerissen ist und Dominik wohl auch. Die Hintergründe erfährt man immer so nach und nach nur erst. Und dann kommt noch hinzu, dass Sophia schwanger ist mit 15 und der Dominik hat noch ein paar juristische Probleme und es schwebt so ein bisschen über ihnen, dass er vielleicht in Haft muss, beziehungsweise ins Gefängnis muss. Und dann begleiten wir sie so ein bisschen, wie sie versuchen, ihr Leben, sag ich mal, in geordnetere Bahnen zu lenken. Weil sie wünschen sich anscheinend schon eine eigene Wohnung und ja, auf dem Weg hin begleiten wir sie und wie sich das während der Schwangerschaft so alles entwickelt bei Sophia. Ja, genau. Und wir begleiten sie ja jetzt auf diesem Weg. Du hast gesagt, das ist eine Dokumentation. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Dokumentarfilm, der jetzt so ein bisschen unkonventioneller daherkommt. Und wir begleiten sie jetzt eher so auf dem Weg wirklich, wie als wären sie zwei Protagonisten in einem Film. Das war jetzt auch so das, was ich als allererstes so über den Film gelesen habe, dass es einfach eine sehr nahe Kamera und Einstellung hat, wie in einem Spielfilm wirklich. Und das war auch, glaube ich, so ein ganz großes Ding, was sich dann jetzt eben herauskristallisiert hat für diesen Film. Wie ist das bei dir angekommen? Ja, ich wollte es anfangs auch erst nicht glauben, dass das ein Dokumentarfilm ist. So die ersten Minuten hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich dachte eigentlich eher, das sind doch eher Leinschauspieler, weil auch wirklich die Kameraführung und die Kamera so nah dran ist. Da dachte ich mir, ja, aber wenn die Kamera ja schon so nah dran ist, dann verhält man sich doch in der Regel anders. Da dachte ich schon irgendwie, dass es vielleicht geschauspielert. So nah kann man nicht dran sein. Und es gibt ja auch keine Einblendung irgendwann, auch zu Anfang oder so, was man hier eigentlich schaut. Genau, man weiß nicht, in welchem Jahr befinden wir uns. Die Namen und wie alt sie sind, das kommt alles nur durch die Gespräche heraus. In welcher Situation sie stecken, das kommt nur so nach und nach eben raus und was sie so machen. Da muss man sich erst so ein bisschen einfühlen. Die Synopsis, die ja dabei steht, die erklärt ja schon recht viel. Das heißt, wenn man sich vorher informiert hat, dann weiß man, was es geht. Aber wenn man so einfach reingespissen wird, dann weiß man eigentlich gar nichts. Und dann ist es auch, ich glaube, dann ist es schwierig zu erkennen, dass das ein Dokumentarfilm ist. Und man hat ja auch keine Einblendung. Es gibt ja schon viele Zeitsprünge auch in dem Film. Wir begleiten ja die komplette Schwangerschaft, also wahrscheinlich zehn Monate. Also ich glaube, die ganze Dokumentation ist über einen Zeitraum von zwei Jahren tatsächlich. Ja, siehste, also zwei Jahre lang war sie auf keinen Fall schwanger, aber die Schwangerschaft ist schon recht früh. Zumindest in dem Film. Und man sieht das eigentlich immer nur dann, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, weil Dominik, den lernen wir kennen, da hat er ja komplett eine Glatze, also komplett rasierte Haare. Und dann hat er auf einmal wieder ein bisschen Haare und dann sind die Haare mal wieder weg und dann sind sie mal wieder länger. Also immer an seiner Frisur erkennt man, okay, jetzt ist wohl ein bisschen mehr Zeit vergangen. Und natürlich auch daran, wie sich Sophia entwickelt. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben beim Gucken damals oder vorgestern, Dominiks Haarschnitt ändert sich öfter als das Wetter. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch so erstaunlich, wenn das ja so ein langer Zeitraum ist, in dem die gefilmt haben. Ich sage mal, bis auf die Frisuren merkt man eigentlich nicht, dass viel Zeit vergeht. Ich dachte tatsächlich so, man guckt jetzt eigentlich, also gerade so, weiß ich nicht, die Anfangsviertelstunde oder die Anfangshalbestunde, dachte ich, das sind eigentlich nur ein paar Tage. Ja, auch weil, und das, obwohl sie im Grunde ja in einem Alter sind, wo sich ja eigentlich tatsächlich auch viel tut, ne? Auch, also äußerlich und körperlich und vielleicht auch psychisch und so, ja. Ja, ne, das stimmt. Und ich fand es auch tatsächlich dann in den ersten Szenen, wie du sagtest, so, sie sind dann, ja, jede Nacht pennen sie dann irgendwie woanders und dann sind sie in so einem Hauseingang. Und, also die Kamera klebt ja fast bei Sophia im Gesicht, äh, Sophia, Sophie? Ich hab mir Sophie auf. Entschuldigung. Sophie, glaube ich. Ähm, und man denkt nur so, boah, hä, das ist ja, wie kann man von so einer Kamera einfach nicht beeinflusst sein auch, ne? Oder, äh, nicht sich jetzt irgendwie verstellen, aber man hatte immer das Gefühl, ich zumindest, dass die Gespräche und so einfach super innig sind und total natürlich und sie sich da voll drauf eingelassen haben. Ähm, und wir haben ja jetzt, äh, tatsächlich beide auch noch so ein bisschen Interview danach gelesen und ein bisschen, ähm, äh, Infos. Und es wurde dann zum Beispiel erklärt, dass der Heiko im Grunde auch die ganze Zeit vor der Kamera war, in einem Raum vor der Kamera sich bewegt hat und mit denen interagiert hat, aber dann irgendwann eben zurückgeschritten ist aus dem Bild raus oder beziehungsweise sein, äh, Co-Regisseur, der dann auch die Kamera gemacht hat, der Johannes Gierke, quasi dieses Talent hat, einfach dann, äh, mit der Kamera die Bilder einzufangen, ohne jetzt, äh, in den Vordergrund zu treten. Und dann sich wirklich auf die beiden Protagonistinnen, äh, zu konzentrieren und das wirklich, äh, absolut, äh, gut gelungen, fand ich. Also, äh, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie die Kamera nicht sehen. Erst dachte ich, okay, vielleicht sitzen die so weit weg mit dem Teleobjektiv, dass, dass denen das einfach nicht auffällt, dass da gerade jemand filmt. Oder das, äh, die kriegen Anweisungen. Ja, vielleicht ist ja auch, äh, alles anders, wenn wir hier die Mikros anhaben und wir verhalten uns ganz anders. Äh, ich hoffe nicht, aber genau, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der, äh, unter Boris alleine auch schon passiert, ne? Und das war echt, äh, super eingefangen, dass es, dass man nicht das Gefühl hatte, ja. Also, die, ich, hochgelobte Kameraarbeit ist da, glaube ich, schon tatsächlich, äh, angebracht. Und ich finde es dann ganz interessant, weil, äh, Heiko hat dann von sich gesagt, er ist ja sehr so ein, ähm, so ein jemand, der zwischen Dokumentation und Spielfilm hin und her meandert in seiner, in seiner Laufbahn. Und jetzt hat er, äh, im Nachhinein wirkt es jetzt alles so, okay, es war ganz klar von Anfang an so das Konzept, äh, dass er jetzt so ein Dokumentation-Film genau auf des Messers Schneide hier im Grunde macht zwischen diesen beiden Welten. Äh, aber es war dann am Ende wohl doch so, dass sie am Anfang noch gar nicht so genau wussten, wie sie jetzt eigentlich an diesen Film rangehen, aber dann, äh, sich im Laufe der Zeit eben dafür entschieden haben, dass sie selber auch zurücktreten, weil sie fanden, dass beispielsweise Interviews oder so einfach gar nicht funktioniert hatten und dann immer auch so eine, so eine Bewertung mit dabei hatten, was sie eigentlich gar nicht machen wollten. Weil sie zeigen ja doch schon, äh, einige Sachen, wo man vielleicht auch denken könnte, okay, ähm, ist jetzt, weiß ich nicht, ob das, was hier gerade so passiert ist, halt ein hartes Leben auf der Straße, ne, aber ob man mit dem jetzt unbedingt, äh, übereinstimmen würde, ja, ähm, wenn sie dann irgendwie, ähm, tatsächlich auch mal Drogen nehmen oder kaufen gehen oder, ähm, Sophie ist schwanger, aber im Grunde, äh, raucht sie eigentlich die ganze Zeit weiter. Da hat man natürlich schon so seine eigenen Gedanken dann jetzt dabei, ne. Ja, da ist, da hatte ich auch so, also wirklich Respekt vor den Filmemachern, weil ich meine, da kommt dann auch bei mir so der Spießer vor, ja, oder irgendwie raus, wo ich mir denke, äh, da hab ich mir gesagt, wow, also da wird gerade ganz klar irgendwie eine Straftat begangen oder, oder einfach auch eine Dummheit und die sind dann trotzdem einfach dabei und, und ich könnte mir das nicht anschauen dann. Ich müsste mich dann wegdrehen oder weggehen, ich könnte da nicht auch noch mit der Kamera weiter draufhalten oder sagen, jetzt hör doch mal auf jetzt oder, oder nicht noch irgendwie versuchen, die Erzieherische irgendwie tätig zu werden und da einfach wirklich zu schweigen und daneben zu stehen und das einfach zu dokumentieren, das, äh, das stelle ich mir echt schwer vor. Ja, ich, ich denke, dass da, was mir nämlich noch besser gefallen hat als die Kameraarbeit ist, glaube ich, der Schnitt. Und ich glaube, dass der Schnitt halt das überhaupt erst dann, also durch die Kameraarbeit natürlich, äh, im Hintergrund oder als Basis, aber durch den Schnitt, das dann eigentlich erst gelingt, a, eben so einen Spielfilm, ja, daraus zu konstruieren, weil er ja, wie gesagt, von Anfang an nicht unbedingt auch so geplant war. Ähm, aber dass dadurch dann es auch eben gelingt, dass man selber zurücktritt und jetzt aus den Szenen irgendwie die gewissen Spielfilm-ähnlichen, äh, Akzente rausholt und gerade in dem Schnitt dann halt sehr viel nochmal, wie will ich gewisse Dinge rüberbringen, ähm, äh, verwirklichen kann. Also das war für mich eigentlich so das Highlight, was dann daraus wirklich eher diese, diesen Film gemacht hat. Ich stelle mir das auch so schwer vor, wenn man 100 oder über 100 Stunden Material hat, das auf 90 Minuten einzudampfen. Also klar wird da auch viel dabei sein, wo man von vornherein sagt, ja, gut, hm, wiederholt sich viel oder so. Man muss ja nicht jedes, ständig irgendwas drin haben, wo sie nachts schlafen, dass man das einmal zeigt. Aber ich denke, äh, manchmal hatte ich schon so das Gefühl, mir fehlen so ein paar Momente, noch so ein paar zwischenmenschliche Momente zwischen Sophie und Dominik, äh, wo ich gerne noch ein bisschen vielleicht vor, von ihrer Beziehung gesehen hätte. Äh, da weiß ich natürlich nicht, ob sie dann zufälligerweise dabei waren, das zu filmen oder wie auch immer, oder sie wollten es nicht zeigen. Das ist ja auch so etwas, was man ja ständig liest, dass das so ein wertefreier Dokumentarfilm ist. Da würde ich jetzt sagen, da würde ich mich jetzt nicht anschließen, das jetzt so zu behaupten, weil ich glaube, dadurch, dass man das schneidet, ist ja immer irgendwie eine Wertung drin. Ja. Gerade gegen Ende des Films ist mir das stark aufgefallen, dass man dann, dachte ich mir, die Personen entwickeln sich ja in die ein oder andere Richtung. Und dann, klar, die verhalten sich so und das wurde dokumentiert, aber ich glaube, durch den Schnitt kann man das eine ein bisschen verschärfen und das andere vielleicht auch ein bisschen abschwächen. Also quasi so diese, wer ist gut, wer ist böse, noch ein bisschen mehr herauskitzeln, weil man Dinge gegebenenfalls einfach weglässt, die vielleicht da sind in diesen 100 Stunden, die man aber dann in den 90 Minuten nicht gezeigt hat. Ja, ich denke, das ist sicherlich immer dabei. Und auch, sie sind ja auch gar nicht in allen Lebenslagen dabei. Das geht ja auch einfach gar nicht. Da ist es dann natürlich auch schon, da ist dann keine Wertung drin, aber sicherlich auch etwas Subjektives. Ich fand zum Beispiel auch, also das Leben auf der Straße ist halt einfach hart. Da hat man ja auch dann irgendwie zahlreiche Momente. Und was sie aber immer haben, ist sich selber. Und das ist ja schon in der ersten Szene. Die erste Szene ist eigentlich, wie sie erstmal eine Minute rumknutschen. Und dann kommt der Titel. Und sie sind ja wirklich, solange sie auf der Straße sind, haben sie immer sich selber und haben wirklich eine ganz innige Beziehung. Und das ändert sich dann so ein bisschen, wenn sie dann irgendwann schlussendlich eine Wohnung bekommen. Und da hatte man echt so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist hier so ein bisschen, ja, bei dem einen Lethargie eingekehrt. Er weiß nicht mehr so richtig, also Dominik jetzt in dem Fall, weiß nicht mehr so richtig, was will ich jetzt eigentlich, was ist mein nächstes Ziel, was will ich machen? Er versucht dann irgendwie, ja, Arbeit zu finden, aber so wirklich auch mit Hilfe von einem Sozialarbeiter, aber so wirklich, glaube ich, klappen tut das am Ende dann doch nie. Und der hat ja dann auch noch seine Gerichtsverhandlung, die da dann erstmal noch, glaube ich, ganz gut verläuft. Und für sie ist, glaube ich, aber schon wichtiger auch dieser familiäre Aspekt und er will auch, dass sie, äh, sie will, dass er aufhört auch Drogen zu konsumieren und hat so das Gefühl, glaube ich, dass sie jetzt hier einen Haushalt hat, auf den sie stolz ist und den sie, ja, pflegen kann im Grunde, ne? Und da hatte man, fand ich dann so das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, ah, so ein bisschen kommt das hier zum Bruch. Also, was ich faszinierend fand und das habe ich dann auch, also das ist im Grunde genommen mehrere Dokumentationen in einem. Einmal natürlich hier so ein bisschen das Leben auf der Straße und das junge Pärchen, aber andererseits hat man natürlich dann die schwangere Sophie und man, und das ist ganz klar die Wandlung von einem Kind hin zu einer Frau, zu einer Mutter. Im Zeitraffer natürlich, aber man merkt das ja schon so auch in ihrer charakterlichen Entwicklung und in den Dingen, die sie da so zeigen, wie sie sich ja dann, ich sag mal, so ein bisschen um den Haushalt auf einmal kümmert, so wie, dumm gesagt, so das Reimchen am Herd auf einmal spielt, wo man einfach merkt, okay, sie hätte es jetzt, glaube ich, schon gerne ein bisschen ruhiger im Leben, weil sie möchte sich auf das Kind konzentrieren, wenn es kommt. Und vielleicht dann dem Leben Ernst da doch eine bessere Richtung geben wollen. Und dann aber auch, dass man merkt, dass Dominik an sich nicht so die große Entwicklung durchmacht. Da merkt man auch, der ist durch die Pubertät schon durch. Also ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ja drei Kinder und mein Ältester ist so in dem Alter zwischen Sophie und Dominik und ist auch schon durch der Pubertät durch. Und da habe ich ganz klar so erkannt, am Anfang haben die ja diese Scheiß-Egal-Einstellung, mir ist alles wurscht, Hauptsache wir haben uns. Und der Rest ist uns egal, die Eltern sind scheiße und wir gegen die Welt. Das ist so ganz klar, dachte ich so, okay, das kann ich nachvollziehen, wenn man in diesem Alter ist. Macht man sowas eventuell noch und lebt gerne diese Freiheit, habe ich den dann natürlich so wiederum so als Spießer, Boomer, Allmann, dachte ich mir, ja, kann man vielleicht auch anders machen, aber gut, ist jetzt halt so. Und dann gegen Ende, wenn sie dann ja auch ihre Wohnung haben, wirkt das tatsächlich, dachte ich mir, irgendwie ist das trauriger als am Anfang. Weil da dachte ich mir, weiß nicht, ich konnte mich selber, also am Anfang denkt man sich ja auch so, ja, ich weiß, wie es ausgeht und so mit meiner Lebenserfahrung und mit allem, was man halt so sieht. Und da denkt man sich, ja, ich weiß, wo das hinführt, das kann nur in einer Katastrophe enden, dieses Leben auf der Straße. Und dann, als sie die Wohnung haben, dachte ich, nein, ich war so schlecht auf der Straße, gar nicht. Und das war so etwas, was ich mir selber so entdeckt habe, dachte ich, ja, irgendwie haben wir die beiden so jung und dumm, in Anführungsstrichen dumm, aber freiheitlicher irgendwie auf der Straße besser gefallen als eingezwängt in ihre Wohnung. Also, wo man ja auch, da gibt es ja diese Szene, wo sie vor dem Fernseher einfach hängen oder nur an ihrem Smartphone, dachte ich, ah, irgendwie ist das trauriger als am Anfang. Wo man noch so mitgefühlt hat, oh Mann, die Arme, es ist kalt draußen und sie müssen irgendwie Geld beschaffen, dass sie sich überhaupt einen Döner kaufen können und so. Und jeder Tag ist irgendwie so schwer, aber gegen Ende taten sie mir irgendwie mehr leid als am Anfang. Ja, das war tatsächlich irgendwie so eine interessante Wandlung da auf einmal, weil man, ja, es war, irgendwie war es vorher, sie hatten natürlich ihre Probleme auf der Straße und das Leben ist hart und sie mussten immer irgendwie mit Pfandflaschen sammeln oder Postkarten verkaufen, irgendwie gerade das Geld für den nächsten Döner zusammenkratzen, aber sie waren halt auch einfach unbeschwerter, hatte ich das Gefühl. Ja, irgendwie auch glücklicher irgendwie. Genau, und so ein bisschen glücklicher, ja. Und okay, klar, dann kommt natürlich auch jetzt das Kind dazu. Das ist dann natürlich auch eine große Veränderung. Das ist natürlich, wäre wahrscheinlich auf der Straße schiefer gegangen, als es dann jetzt ist. Aber das war schon auf jeden Fall ein Unterschied, den war mir auch so aufgefallen, ja. Ich würde sagen, über das Ende machen wir gleich nochmal einen kleinen Spoiler-Part, weil wir haben auch noch so ein bisschen gelesen, wie geht es den beiden jetzt und so weiter. Da würde ich vielleicht jetzt gerade noch nicht so tief einsteigen, aber da können wir am Ende nochmal was drüber sagen, wenn das noch den einen oder anderen interessieren sollte. Ich hätte noch eine Sache, die ich ganz witzig fand, die mir so selber auch gar nicht aufgefallen ist erst. Man hört sehr viele Geräusche, tatsächlich ja ziemlich intensiv, wie ein Rascheln oder Berührung oder so. Und das war mir beim Gucken jetzt gar nicht so aufgefallen. Im Nachgang beim Lesen dann aber, weil das auch eben ein Thema war, dann aber schon. Ich würde da gleich eine ganz nette Anekdote zu erzählen, aber erst mal zu dir. Hattest du das beim Schauen schon gemerkt oder hat das irgendwas mit dir gemacht oder war dir das auch nicht so wirklich aufgefallen? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, sie telefonieren ja ab und an, dass man da den Gegenpart so gut gehört hat. Weil man schaut das ja quasi und im Grunde genommen telefonieren die ja spontan. Sie ruft ja spontan ihre Schwester an oder hat, vermeintlich sehen wir das als Zuschauer oder denken als Zuschauer, dass sie jetzt spontan mit ihrer Schwester telefoniert. Aber man hört ja auch exakt, was die Schwester am Telefon sagt. Und da dachte ich mir, so weit weg, wie die Kamera steht, fand ich das ein bisschen unrealistisch. Irgendwie dachte ich, wie haben die das gemacht? Dass man auch hört, was die Schwester sagt. Oder sie haben wirklich den Ton so gut nachgearbeitet, weil es ja wirklich so ist, als hätte jemand das direkt irgendwie abgefangen. Ja, vielleicht haben sie das natürlich, vielleicht hat sie auch das Gespräch aufgezeichnet am Handy oder sowas, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist mir auch gefallen, weil ich dachte, okay, sie ruft die Schwester an. Oh krass und ich kann da richtig super geil mithören. Also tatsächlich war so, was ich dann gelesen habe, der Ton bei der Aufnahme eine absolute Vollkatastrophe. Zitat, das habe ich nicht erfunden. Und das lag wohl daran, dass ja zum einen mussten sie erst mal lernen, überhaupt schnell genug zu sein, um jetzt irgendwen mit Mikrofon zu verkabeln, wenn irgendwas ist, was sie dann mit der Zeit gelernt haben. Aber eigentlich war niemand, also es ist keine große Produktion, die haben im Grunde wirklich wenig Kohle und die Produktionsfirma besteht aus den beiden, Johannes und Heiko. Und dann hatten sie halt ein paar Praktikanten dabei und sowohl Johannes und Heiko, als aber auch die Praktikanten, die sie zu der Zeit hatten, waren eigentlich nicht so interessiert an Ton. Also die Praktikanten hatten eigentlich eher Lust, Kameramänner oder Frauen zu werden und das heißt, da standen dann andauernd Leute im Bild, der Ton wurde manchmal gar nicht aufgenommen und aus dieser Not heraus hat sich dann ergeben, dass sie den kompletten Film nachvertont haben. Was aber eigentlich, so wie ich es verstanden hatte, nicht für Gespräche gilt, die sind halt tatsächlich noch die Originalen, aber alle anderen sind im Grunde nachvertont, was dann auch wieder so eine Spielfilm-artige Erinnerung macht, dass es dann da nochmal wieder näher dran geht. Und dadurch halt die Geräusche einfach viel intensiver sind, womit sie dann hinterher auch viel gespielt haben. Das war mir dann, wie gesagt, beim Schauen selber gar nicht so klar, aber so im Nachhinein macht das irgendwie tatsächlich sehr Sinn. Also jetzt, wo du es auch sagst, kommt mir das im Nachhinein auch tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, irgendwie cleaner vor. Tatsächlich wie so ein Spielfilm, der ganze Ton. Weil an sich sind die ja in Berlin, die ja recht laut ist auch. Also Berlin als Stadt stelle ich mir unglaublich laut vor. Auch die Nächte, wenn die dann schlafen oder wenn sie so abhängen. Tatsächlich hat man sehr wenig Nebengeräusche. Eigentlich müsste ja ständig irgendwie Martinshorn zu hören sein oder Autos oder was auch immer. Und das ist nicht der Fall. Oder auch wenn sie ja im Restaurant sitzen und essen. Das wirkt tatsächlich nicht so chaotisch, wie ich mir jetzt das vorstellen würde, dass Berlin klingt. Ja, nee, da hast du auch recht. Das ist auch noch ein guter Punkt, ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle schon mal ein kleines Zwischenfazit. Es sei denn, du hast jetzt noch was, auf das du besonders eingehen möchtest und würden dann in einen kurzen Spoiler-Teil übergehen. Also ich muss sagen, mir hat der Dokumentarfilm insgesamt ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den über alle Himmel loben möchte, wie das jetzt irgendwie gerade so der Fall ist. Aber ich kann auf jeden Fall gut anerkennen, dass er wirklich toll gemacht ist und einfach mal ein bisschen sowas anderes als eine typische Dokumentation zeigt. Und dass die beiden einfach keine Schauspieler, sondern echte Charaktere sind und man so nah dran ist und mit denen mitfielen kann, fand ich schon toll. Ob ich mir den jetzt im Kino angucken müsste, weiß ich nicht unbedingt. Das muss auch, glaube ich, schon was für jemanden sein, der daran interessiert ist. Aber insgesamt von mir, wenn man auf das Thema Lust hat und eben so ein bisschen auch Lust auf deutsche Dokumentation hat und wie geht es vielleicht auf dem Straßenleben oder auf dem Kizzo zu, dann ist das, finde ich, eine Empfehlung, die man sich mal angucken kann. Wie sieht es bei dir aus? Mir geht es genauso. Als ich realisiert habe beim Filme gucken, dass es tatsächlich eine Filmdokumentation ist und nicht irgendwie so gefakt, dachte ich mir, oh, wie willst du darüber urteilen? Weil das mache ich nicht so gerne, wenn man dann erstmal festgestellt hat, oh, es sind hier echte Menschen, echte Leben, echte Schicksale. Was gibt mir das Recht, irgendwie das gut oder schlecht zu finden? Weil das ist ja das Leben. Also das kann ich ja nicht bewerten irgendwie. Ich kann jetzt natürlich nur die Macher des Films bewerten. Den Inhalt möchte ich nicht bewerten, weil das auch von meiner eigenen Lebensrealität so weit weg ist, dass ich da jetzt so keinen Bezug zu habe. Ich finde es aber toll, dass sie es auf diese Art und Weise gezeigt haben, denn es gibt, glaube ich, genug so Schicksale, die in privaten Fernsehen auf dümmste Art und Weise ausgeschlachtet werden. Und hier ist das schon irgendwie mit Liebe. Vielleicht ist es teilweise anfangs zumindest ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu romantisiert oder ein bisschen zu einfach dargestellt. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass sie ja dann auch Geld brauchen. Aber das wird auch nur ganz kurz angerissen, weil man sich das natürlich denkt. Man denkt sich als Zuschauer ja, von was leben die? Also es wird halt kurz gezeigt, wie sie Flaschen sammeln und Postkarten verkaufen. Aber ansonsten erfahren wir nichts weiter, wie sie den Lebensunterhalt gestalten auf der Straße. Das wird dann doch ein bisschen an den Tisch gekehrt. Finde ich auch einerseits wieder gut, dass sie das nicht so in den Mittelpunkt drücken. Diese Dramatik oder alles, was irgendwie negativ ist. Ich glaube, ich hätte nicht im Kino geguckt, einfach weil das ein schweres Thema ist auch und schwere Schicksale. Und ich bin eher der Typ, ich möchte einfach eine gute Zeit im Kino haben und will mir die Stimmung da nicht noch irgendwie runterdrücken. Aber wenn das so auf Arte läuft, ja, weiß nicht, so abends 20.15 Uhr, dann würde ich das gucken. In der Mediathek wärst du dabei. In der Mediathek auch. Aber ich bin ja noch so, ich bin der Boomer, der live guckt. Also ich gucke, als wenn das läuft im Fernsehen in Echtzeit. Alles klar. Ja, super. Dann danke ich dir für diesen Part bisher. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt alle abschalten, wenn ihr nicht mehr hören wollt, was nach dem Film passiert ist. Und dann vielleicht auch so ein bisschen, was gegen Ende des Films passiert ist. Und dann starten wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen rein in einen kleinen Spoiler-Part. Spoiler! Gibt nämlich da noch so ein... Oh, schön. Mach nochmal. Spoiler! Sehr gut, sehr gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Das könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Und es gibt dann noch so ein paar Infos, wo sich eben die Filmemacher geäußert haben. Sie hatten sich dann nochmal mit den beiden Protagonistinnen getroffen und mit denen einfach mal geguckt, okay, wie sieht es gerade aus? Da kommen wir dann gleich zu. Du hattest gerade im Vorgespräch gesagt, die letzte Szene hatte bei dir tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken angerichtet. Erzähl doch mal, was da passiert ist. Ja, also wir kriegen ja schon mit, dass Sophia schwanger ist und dass sie trotzdem währenddessen die ganze Zeit raucht. Sie nimmt zwar keine harten Drogen, also das sieht man zumindest nicht, glaube ich auch nicht, dass sie das getan hat. Das ist eher Dominics Part in der Filmdokumentation. Richtig trinken habe ich sie auch nicht sehen. Ich glaube, sie raucht nur. Aber ich denke auch mal ein Joint. Und sie kaufen ja einmal zusammen, glaube ich, eine Bong oder so eine Shisha oder gemeinsam. Und das klang schon so auch, dass sie da auch Lust drauf hat. Und dann denkt man natürlich, oh nee, das kannst du einfach, Mädel, was machst du da während der Schwangerschaft? Aber man weiß natürlich auch, es ist ja niemand da, der ihr da beisteht irgendwie oder sie da berät in dem Sinne. Wir sehen ja noch, wie das Kind auf die Welt kommt. Also wir sind nicht dabei im Kreißsaal, aber wir bekommen mit, dass sie ins Krankenhaus kommt und ihre Wehen hat. Und dann finde ich es auch so tragisch oder irgendwie auch klassisch, dass Dominic ja die Geburt gar nicht sieht, weil er zum Rauchen rausgeht und dann nicht mehr reinkommt. Und was ich, also das fand ich ja schon irgendwie, das fand ich schon irgendwie dumm. Und ich glaube, ich hatte das tatsächlich gar nicht ganz verstanden, warum er da jetzt nicht war. Ob er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es einfach nicht geschafft hat mental oder ob er, ich habe das gar nicht so gesehen, dass er da jetzt zum Rauchen raus war. Das macht natürlich mehr Sinn. Ja, er ist ja raus mit dem Freund zum Rauchen und dann ging es ja ab und er kam nicht mehr zurück in den Kreißsaal. Ich glaube, wenn er sich angestrengt hätte, wäre er wieder reingekommen. Er hätte ja nur klingelt, er hat ja nicht geklingelt, er hat ja nur geklopft. Ja, da stand er extra bitte klingeln, aber er klingelt ja nicht, sondern er klopft nur und das auch recht leise. Für einen, der sonst immer so extrovertiert war und auch mal laut wurde, fand ich das, okay, der will das eigentlich gar nicht sehen. Oder der ist eigentlich recht froh, dass er das jetzt verpasst, weil das schon etwas mit einem macht. Einerseits habe ich mir gedacht, Mensch Junge, mir tat es leid, dass er nicht dabei war, weil das für einen, der selber drei Geburten miterlebt hat, weil ich dachte, das ist etwas, das einen schon verändern kann. Wo ich dachte, das hätte vielleicht so der Klick für sein Leben sein können, dass er das ein oder andere vielleicht nochmal überdenkt, wenn er sieht, wie ein menschliches Leben geboren wird. Also deswegen dachte ich, er hatte Angst davor einerseits, man hat ja auch gemerkt, wie in der Szene davor, wenn die rauchen, dann sagt er, du kannst nicht mehr Party machen gehen, du kannst dieses jetzt nicht mehr, du musst jetzt deine Frau unterstützen, weil der eine Freund, der dabei ist, der Freund, der Schwester von Sophie oder Ex-Freund, das kommt nicht so ganz raus. Und er sagt immer, nein, nein, ich kann alles noch weiter machen. Man merkt, er ist da in der Phase drin, wo er jetzt drüber nachdenken muss, fuck, ich werde jetzt Vater. Und ich glaube, in letzter Konsequenz wollte er nicht live dabei sein. So, erstmal das. Ja, so richtig breit war er, glaube ich, dann da halt doch noch nicht, obwohl man irgendwie, am Anfang hatte ich das Gefühl, er freut sich schon, aber dann so auch war er ja dann doch recht getrennt von ihr, auch seltener im Krankenhaus. Da geht dann auch, glaube ich, die Beziehung schon so ein bisschen den Berg runter, was dann auch weniger gezeigt wird. Da wurde dann zum Beispiel auch weniger gedreht einfach, weil es dann auch irgendwie unangenehm war und sie nicht so richtig wussten, okay, wenn sie jetzt hier sich permanent streiten oder so vielleicht, dann muss man auch nochmal einen Schritt zurück machen. Und dann wussten sie auch nicht so ganz, wie sie sich immer verhalten sollen und hatten dann im Grunde entschlossen, den Film auch bei der Geburt dann zu beenden. Aber die Szene, die passiert ist, kannst du jetzt nochmal erzählen. Ja, aber ich wollte noch auf eins eingehen, also ich weiß nicht, all diese Geburten-Sachen, die gehen mir immer relativ nahe, also wenn es darum geht, dass jemand schwanger ist und kriegt ein Kind, das geht mir recht nahe, wo ich dann halt auch gesehen habe, dass da jetzt irgendwie ein Bruch da ist, ganz klar ist ja dann, wenn sie im Krankenhaus liegt und kriegt ihre Wehen und schreit und sucht seine Hand, um sich daran festzuhalten und man irgendwie nervt, merkt, er geht da nicht so richtig drauf ein, weil er ja gleichzeitig versucht dann mit einer Hand weiter seine Kippe zu drehen. Die Kippe, für die er ja dann nachher rausgeht und dann verpasst, dass das Kind auf die Welt kommt. Ah, stimmt, stimmt. Und ich denke, er saß dann so da und ich hatte so das Gefühl, okay, er hält nur die Kippe jetzt noch, er kann ja jetzt nicht mehr drehen. Und ich hatte mich in dem Moment tatsächlich gefragt, was für ihn jetzt gerade wichtiger ist. Also das fand ich echt tragisch. Aber jetzt zu der Szene, wo ich ein bisschen Angst habe, also es fängt dann damit an, er holt sie dann aus dem Krankenhaus ab mit dem Kind und sie laufen dann mit der Trage, mit der Baby-Trage Richtung Wohnung, in der sie ihr Leben. Und die Kamera ist zwischen den beiden und filmt das Kind und die Trage, wie das Kind nach oben schaut und dann nimmt die Kamera die Perspektive des Kindes ein, so als würde, also quasi so als läge man mit in der Trage drin. P.O.V. des Kindes. Also das Sterblichkeitsrisiko von Kindern, gerade diesen plötzlichen Kindstod, der immer noch nicht komplett erforscht ist, aber wohl das Risiko stark anschwellend ist, dass das dem Kind passieren könnte, wenn in der Schwangerschaft geraucht wird oder getrunken wird oder wenn während, auch wenn das Kind schon zu Hause ist, wenn da noch geraucht wird. Und ich dachte, oh, 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 nicht, dass sie das damit andeuten wollten, dass das nicht so doll ausging mit der Schwangerschaft. P.O.V. des Kindes. 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 kriegt. Und wenn er jetzt tatsächlich im Gefängnis landet, dann muss ich leider dann auch aus Erfahrung sagen, dann haben sie es meistens auch verdient und die Chancen nicht genutzt, die man denen zur Verfügung gestellt hat. Und bei ihm wird das wahrscheinlich so eine Drogengeschichte sein. Es kam ja auch ein bisschen durch, dass die Crack verkaufen wollten. Er hat doch in einem Nebensatz ja gesagt, ja, weißt du, dass die meisten das eigentlich nicht zum Konsum, sondern zum Weiterverkauf holen? Ach ja, ist das so? Ja, genau. Es gab wohl auch dann noch, sie wurden oder in dem Interview, was wir gelesen hatten, wurden ja auch noch gefragt, ja, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr eigentlich bei so vielen wichtigen Szenen dabei wart? Und zum einen waren sie einfach oft da, aber zum anderen haben sie auch gesagt, sie waren auch bei vielen Sachen einfach nicht dabei. Und die waren auch eben, ja, schon härtere Vergehen als jetzt in Anführungszeichen nur selber Drogen nehmen. Das heißt, da kann ich mir schon vorstellen, dass da dann auch zu der Zeit vielleicht schon ein paar andere Dinge passiert sind, was dann im Grunde ja, natürlich dann in die falsche Richtung geht und wahrscheinlich dann hier den, ja, den Ausschlag gibt, dass das dann auch weitergegangen ist in der Richtung. Es gibt ja eine Szene, wo sie Drogen kaufen gehen oder Hush oder halt Enjoy. Und dann dachte ich so, oh, oh, da hätte ich als Filmemacher total Schiss, wenn ich jetzt mit die begleite, einfach zum Dealer, wie argumentiert man das? Ach ja, wir haben übrigens ein Filmteam dabei. Ja, genau. Und die filmen jetzt, wie ich dir Drogen verkaufe oder was? Da hätte ich echt, aber da dachte ich schon, okay, sieht man das jetzt, sieht man das jetzt? Aber der bleibt ja dann um die Ecke stehen, aber ist trotzdem noch sehr nah dran. Da dachte ich, okay, dann haben sie wahrscheinlich nicht allzu schlimme Dinge dort gekauft. Ich glaube, das wird kein Dealer mitmachen. Also weiß ich nicht, wenn sie irgendwie Heroin oder Koks da gekauft hätten. Ich glaube, das hätte keiner filmen lassen, auch nicht, wenn das nicht richtig filmt. Das wird dann einfach nur ja, Hanf gewesen sein, denke ich mal. Aber da dachte ich auch so die ganze Zeit, ich bin ja für die Legalisierung, wenn man so möchte, war ich mir dann gekommen, jetzt geht es einfach frei, damit der Straßenverkauf aufhört. Aber dann, als man natürlich so gesehen hat, was das, ja, wie gut das den Dominik nicht tut, dass er ständig einen Joint raucht, dachte ich mir, ja, so gut, wie er gerade kontrolliert wird, dass Jugendliche nicht rauchen, denke ich, wird man das auch nicht unter Kontrolle kriegen, dass Jugendliche nicht kippen. Ja, und wo sie... Und da hat man dann doch wieder Bedenken. Ja, und wo sie auch einmal, gab es so eine Szene, wo sie, glaube ich, darüber, wenn ich es richtig verstanden hatte, darüber argumentieren, okay, entweder kaufen wir jetzt noch einen Joint oder einen Döner zum Essen. So, und dann, ja, ist dann auch schon ein Einfluss, der nicht nur auf einen selber geht, sondern auf die ganze Familie halt so, ne. Ist dann natürlich nicht mehr schön. Ja, oder wie er sich eine Line zieht und sie sagt, oh, du hast gesagt, du hörst damit auf. Ja, ich höre damit auf, wenn das Baby da ist und so. Ja, ja, genau. Aber da hast du schon gemerkt, also die üblichen Spiele. Also sehr tragisch. Und ist ja jetzt, sie überlegen ja jetzt, das eventuell fortzuführen und die beiden über 20 Jahre zu begleiten und das zu filmen. Ach. Also ist wohl noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob sie sich dafür entschieden haben, ob sie es tatsächlich machen. Das fände ich tatsächlich irgendwie spannend, aber ich meine, sowas ähnliches gab es ja auch schon oder gibt es ja schon. Ich weiß nicht, ob Spiegel TV oder Stern TV, die haben doch auch irgendwie so eine Familie über ganz, ganz lange Zeitraum begleitet. Ich glaube, das war so eine Mehrlingsfamilie mit irgendwie elf Kindern oder so. Also nicht die, die wir von RTL 2 kennen, sondern irgendeine andere. Da gibt es bestimmt was, ja. Aber da ist es natürlich anders, weil das hier hast du ja wirklich nicht, manchmal hat mir das gefehlt, sodass irgendeiner vom Team dann mal, weiß ich nicht, wie bei normalen Dokumentationen fragt, ja und findest du das jetzt in Ordnung, dass du jetzt hier einfach hier rauchst und so? Also da ist ja wirklich kein Kommentar. Und ich habe tatsächlich dann eine Einblendung beim Abspann irgendwie vermisst, irgendwie wie es weitergeht. Deswegen habe ich dann direkt recherchiert, okay, gibt es irgendwie was, wo man merkt, also wo man noch erfährt, wie es den beiden jetzt geht. Weil es ist ja, ich weiß nicht, ob das vor Corona-Zeiten gedreht worden ist oder während Corona. Ja, ja. Okay. Ja, weil eigentlich sollte das ja wohl 2022 ja schon rauskommen, habe ich irgendwo gelesen ins Kino und hat sich ja doch jetzt ein bisschen verzögert. Und deswegen dachte ich schon, okay, die ist ja schon ein bisschen her dann, dass sie das gedreht haben. Ja, es wird 2018, 2019 gedreht und dann hat es wohl sehr lange gedauert in der Post, zwei Jahre oder sowas. Ähm, ja. Aber das, ja, interessant, den Punkt wusste ich noch gar nicht, dass sie da überlegen, noch mal länger wen zu begleiten. Kann natürlich immer spannend sein, finde ich. Egal, fast schon, was das jetzt für Personen sind, da einfach, um mal zu sehen, okay, wie entwickelt sich hier das Leben und gerade bei, ja, so Fällen schafften die es jetzt irgendwie, sich da von der Straße oder aus dem Knast irgendwie ein besseres Leben zu holen. Wenn Dominik jetzt zehn Jahre im Knast verbringt, dann ist das vielleicht nicht so spannend. Aber, ja, interessante Idee. Mit einer Prison Break-Staffel dann. Genau. Ja, super. Ich glaube, wir sind an der Stelle soweit durch, oder? Wie sieht es aus bei dir? Also schaut euch, dann vergibt ihr irgendwie eine Chance im Stream, oder geht auch gerne ins Kino, wenn ihr so Arthouse gerne guckt und gut gelaunt seid. Oder geht mit euren Kindern rein. Also ich denke, das ist schon, oder das ist so ein typisches, so da gehe ich mit der Schulklasse rein, Ding, um dann drüber zu reden hinterher auch. Das stimmt. Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ihr findet uns auf unserer Webseite tele-stammtisch.de und natürlich überall dort, wo es Likes gibt und in jedem Podcatcher eurer Wahl. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und David, du hast das letzte Wort. Tschüss, bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.